So, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ja, wie man sieht, ist die Höhle so ein bisschen anders da und irgendwie steht da so ein komischer Kerl rum. Hallo? Hallöchen, ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Nein! Wollen wir nicht kurz über Gott und die Welt sprechen? Jetzt bleiben sie doch stehen. Nein, nein, nein. Ja, Hallöchen zusammen. Tja. Und wie man... Ja, ist halt blöd, wenn man nicht nachlädt. Oder zumindest die Waffe, wenn sie... Oh, da holt er das dicke Gerät raus. Ja, ja, jetzt kommt hier das Ding. Oh nein, aber er hat das auch. Ich denke, den Werten, Herrn Utwin, muss ich zumindest bei meinen Videos nicht wirklich vorstellen. Also, wenn ihr ihn nicht kennt, auf den Kanal geht. Aber ich glaube, du könntest mal erwähnen, was jetzt mit deiner Welt ist und wieso wir uns jetzt hier eingerichtet haben, etc. pp. Ja, das wäre vielleicht mal ganz schön. Wir haben erst mal so einige Zeit versucht, diese Welt, die ich im LP hatte, auf einen stinknormalen, auf meinem Computerserver irgendwie hinzubekommen. Hat nicht ganz so geklappt, also habe ich mir bei Nitrado einen Server geholt und nachdem ich so schlau und weise bin, haben wir gesagt, wir fangen einfach in einer neuen Gegend an. Und haben uns hier unten schon mal ein bisschen eingerichtet. Ungefähr so weit waren wir ja auch bei meiner Let's-Play-Welt. Die Öfen, ein paar Kisten und zumindestens... Der Guerrilla ist auch schon angeschmissen. Genau, und Grundversorgungssachen. Genau, allzu weit haben wir nicht gespielt, bloß so zwei, drei Tage, zwei, drei Ingame-Tage waren das, glaube ich. Ja. Mehr dürfte jetzt nicht gewesen sein. Nur für das Notwendigste. Und für heute haben wir dann auch direkt so einen Plan, denn wie ich erfahren habe, war ich... Ach, haben wir den? Ja. Du wolltest mir zeigen, wo dieses tolle Maisfeld ist, das ich total übersehen habe. Wollen wir dafür nicht ein bisschen warten? Wir haben es jetzt schon bald Mitternacht und... Ach, ich will... Nacht und Zombies und... Ich wollte eigentlich nur aufs Dach gehen und Spaß haben mit den Zombies, weißt du? Die klopfen wieder so schön. Boah, Junge, da steig ich dir aufs Dach. Oh, aber echt mal. Gut. So, ja, wir sind... Ach ja, und wie man sieht, haben... Ah, erzähl du. Ja, nein, du. Ja, okay, wie man sieht, haben wir hier schon einen kleinen Graben ausgehoben. Wir wollten das am Anfang ein bisschen befestigen, aber wir haben noch nicht sehr viel weiter gemacht. Wir wollen hier noch einen schönen Graben, um das ganze Gebäude zu... Oh, 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 fuck. Ich laufe hier durch die... ...schwere. Hallöchen, Honisse. Oh, Honisse. Warte. Ja. Äh... Warte, ich glaub, ich hab's ja. Boah. Das gibt's doch nicht. Und Wind, ich weiß, es hat dir noch keiner erzählt, aber bevor jetzt hier alle mächtig sauer werden, du kannst nicht mit Pfeil und Bogen umgehen. Das stimmt, deswegen habe ich auch eine Armbrust. Ich wüsste, dass es kommt. Ja, wir sind hier übrigens auch an der Waldtankstelle und weit ab vom See. Ich kann es mal auf der Karte zeigen. Das letzte Mal waren wir ja hier unten zur Gegend und jetzt haben wir uns hier oben niedergelassen, weil wir in der Nähe irgendwo gespawnt sind. Ja, eigentlich fast direkt neben dem Haus. Komischerweise ist das auch das Haus, also ich habe Singleplayer selbst nur zwei, drei Stunden gespielt, aber das ist genau das Haus, bei dem ich mich auch im Singleplayer eingerichtet habe. Das war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall. Und von daher weiß ich auch ein bisschen von ein paar Sachen hier in der Nähe, auch wegen dem Maisfeld und so. Das ist sehr gut. Aber ja, wie gesagt, wir haben schon versucht, hier einen Graben drum zu ziehen, haben aber nur die Anfänge gemacht. Da kommen dann später noch, ja, Fallen rein und alles Mögliche und da machen wir eine kleine Befestigung draus aus diesem Haus. Da kommen Minen hin. Bomben. Ich weiß nicht, was noch alles. Stellen noch ein paar Zeugen Jehovas vor die Tür. Oh, 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 die kommen dann besonders gut. Hallo, liebe Zombies. Lasst uns mal über euer Ableben reden. Sag mal, kann es sein, dass die irgendwie da unten um das Loch herum spazieren? Ja, die versuchen hier irgendwie raufzukommen, schaffen es aber nicht und stolpern dauernd über die Fackel. Ach ja, das Erdloch, das da ist, da stand mal ein Auto. Ich weiß es nicht, wer es geparkt hat. Er stand einfach da, ich habe nichts damit zu tun, ich schwöre es. Vor allem ist es auch... Das ist einfach selbst in die Luft flogen. Ja, absolut, das passiert auch in den Hollywood-Filmen. Oh, Vorsicht, da kommt ein Spider-Zombie hoch, glaube ich, oder? Nee, der prallt hier ab an dem... Oh, Gott sei Dank. Wieso kam der eigentlich auf den Namen Spider-Zombie? Ich weiß nicht, ich habe zu viel Spider-Man gesehen. Sollte der nicht acht Beine haben dann? Dann wäre er ja gruselig. Also die Hunde da unten legen gerade einen echt coolen Breakdance hin. Ja, das ist, weißt du, das ist der neue Hunde-Dance. Der neue Mix. So. Der neue Remax von DJ Dog. Doggidi-Dog-Dog, ich bin nur halb froh, dass hier noch keine Polizisten angekommen sind. Oder hinten ist ein Hirsch? Nein, Polizisten habe ich bis jetzt noch nie welche gesehen. Haben die dann so Körperpanzerung oder sowas? Oh nein, nein. Du kennst sie noch nicht. Von daher will ich dich nicht, ähm... Will ich dir den Spaß nicht nehmen, was die so schön... Oh Gott, im Himmel, das bist ja du. Achtung, Verwechslungsgefahr. Oh, herrlich. Ich werde doch hier nicht meinen Hilfsarbeiter umbringen. Nee, 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 nee. Da muss ich ja noch ein bisschen was tun. Was denn, was denn, was denn? Hast du jetzt etwa auf mich gezielt? Nein. Aber ich hätte dich fast erschossen. Ach so. Na dann. Da kann man ja noch mein Auge zudrücken. Wie gut, dass hier Friendly Fire ausgestellt ist, nehme ich mal an. Ja, ich wollte es doch mal testen. Probe aufs Rezept. Ach so, lieber erst mal ausprobieren und dann fragen, ob es funktioniert. Ja, so machen es die Amerikaner ständig. Die nennen das dann Friendly Fire. Na gut, das hat sich ja schon eingebürgert, stimmt. So, ja. Nicht nett. Also hier ist übrigens gar keine Zombie-Apokalypse, das ist eigentlich nur der amerikanische Alltagssimulator. Eine notgeile Krankenschwester möchte sie behandeln. Bitte kommen Sie nach unten. Ja, das da unten sind bloß gerade ein bisschen angetrunkene Studenten, die noch ihre Hunde mit Gassi führen nebenbei. Ah, die machen so einen Spring. Das ist dann schon wieder ein anderes Thema. Toll, jetzt sind sie wieder im Gebäude. Ja, wir haben erst versucht, irgendwie da im Haus zurechtzukommen, aber... Ja, wir haben mittlerweile auch so die Vermutung, dass die Zombies im Haus spawnen, zumindest einige, wenn es Nacht ist. Weshalb jetzt so eine schöne Befestigung ins Haus dann schon fast halb sinnlos wäre. Auch wenn es cool wäre. Ach, das Haus kriegen wir auch noch sicher. Ja. Einfach das ganze Haus innen drin zubauen, dass es einfach nur ein riesig großer Gebäudeklotz ist. Ja, genau. Einfach mit Stahlbeton ausfüllen. Ich wollte es gerade sagen, wir nehmen dazu natürlich das, was man am schwersten bekommt, und das ist ja bekanntlicherweise Stahlbeton, ne? Ja, im Endeffekt brauchen wir das Hausinnere ja nicht mehr. Die Truhen, die wir da hatten, haben wir ja auch schon leergeräumt. Also im Endeffekt können wir das ganze Haus eigentlich auskleistern. Das wird dann sicherer als Fort Knox. Lieber Hund, bleib doch stehen. Dann ist das ja eigentlich nur so eine Art gigantischer Wachturm. Ups. Ich finde das so toll, dass man mit der Armbrust Klötze wegschießen kann. Echt? Wie das? Ja, ja, der Holzklass geht bei da unten gerade auf die Nüsse. Ach, das war sogar Clay. Ah, da ist Clay rausgekommen. Interesse. Ich sehe mittlerweile schon gar keine Zombies mehr. Aber hey, wir haben es bald Tag. Das ist schön. So. Ich habe aber schon festgestellt, wenn man auf irgendwelche metallischen Sachen schießt, dann werden die auch ein bisschen angelockt. Oh, der haben da hinten den Hirsch erlegt. Dafür tötet ich ihn. Ich meine, das ist die typische Age of Empires Logik. Man schießt mit Pfeilen auf ein Gebäude und das fängt an einzustürzen. Ah. Okay. Das muss ich mir merken. Das ist einfach nur realistische Physik. Ach, jetzt weiß ich wieder, was das ist. Das ist, das ist, das ist, ähm. Gut. Das muss ich mir noch merken. Das andere. Ach, guck mal an, da ist auch noch ein Zombie. Komm schon. Wir wollen doch dann Maiskörner klauen. Und Wasser. Und Eisen wollte ich schmelzen. Na, da kommt er wieder angerannt. Ja, ich habe ihn. Toll. Habe ich eigentlich noch Federn. Na, ich habe noch ein paar Pfeile. Okay. So. Ich bin mal so mutig mit meinem Freund Sledgehammer. Gehe ich nach unten. Na gut, dann komme ich einfach mal mit. Ich hoffe, du meinst mich damit. Oh. Äh. Äh. Eigentlich meinte ich den Hammer. Ich höre noch irgendwo einen Hund. Hallo meine Freunde, wie geht's denn euch? Sind noch Leute... Oh, gut, der eine. Ah, der hier, da hinten. Äh, da ist noch ein Hund drin. Moment. Ach, da. Ich wollte schon sagen, wie im Kühlschrank? Irgendwie fehlt das noch bei dem Spiel. Man kann ja Tiernahrung finden, dass man sich so einen Zombie-Hund zähmen kann. Ja, weil selber essen würde ich ja diese Hunden-Nahrung niemals. Ich hab's mal probiert. Das stellt noch nicht mal so wenig wieder her. Also, es macht schon ein bisschen was. Ja. Und es geht noch nicht mal auf den Durst. Also, für den Notfall hat man da einfach was. Man muss halt einfach ignorieren, dass es Hunden-Nahrung ist. Als kleines Kind hat man das ja wahrscheinlich dann eh mal gegessen. Wenn man zumindest mal selber Tiere gehabt hat oder Hunde gehabt hat. Äh. Cabo, bist du noch im Haus? Nein, ich bin draußen. Ich hab hier grad mit einer Cheerleaderin gesprochen. Ach so. Ja, gut, dann lass dich nicht stören. Manchmal kotzt das weg, weil der Platz, an dem wir zuerst unsere Truhen hingestellt haben, schaut jetzt ein wenig lustig aus. Vor allem, wie unsere Truhe da jetzt dasteht. Ja, die arme kleine Truhe. Da war mal viel mehr da. Hauptsache, Brücken stürzen ein, wenn man drüber läuft. Zumindest in der Anfangsversion. Aber die meisten schweben in der Luft. Das klort nicht aufgeregt. Was hast du denn? Die Toilette. Die können wir doch nochmal gebrauchen irgendwann. Die Spülung ging nicht. Okay, ähm, wo müssen wir hin? Ich eher Schlaghalt im Busch. Ist auch egal. Ähm, ja, die Richtung. Ist die richtige. Okay. Ich freue mich. So, jetzt müssen wir das gucken, dass wir nicht in unseren eigenen Raben fallen. Okay, und das ist unten im Süden, wo du, ähm, unten. Moment mal, ich muss gerade mal ranzoomen. Coronado steht da. Coronado. Also eher diese Richtung dann. Okay, da okay. Ja, genau, also gegen Süden. Diese Straße runter und... Ach, du willst da Straße entlang laufen? Ja, stimmt, eigentlich macht ja mehr Sinn, weil da gibt's ja volle Sachen. Auf der Straße entlang kommst du direkt dahin, dann siehst du es direkt vor dir schon. Ah. Hallo, werte Dame. Tja, die ist nicht ganz so angetan. Oh, Vogelnest. Sehr gut. Dann kann ich hier nochmal Pfeile machen. Ah. Übrigens, ähm, wusstest du eigentlich, dass man sehr leicht auch ohne Axt einen Baum fällen kann? Einzige, was du brauchst, ist eine Schaufel. Pass mal auf. Schaufel 1 und Schaufel 2. Einfach unten runtergraben. Die Bäume haben hier keine Wurzeln, das muss man ausnutzen. Kennt ihr diesen Moment, wo ihr euch fragt, warum habt ihr Friendly Fire auf dem Server eingestellt? Wie gut, dass wir das schon ausprobiert haben. Ja, da, da ärgert man sich so ein paar Parts, äh, oder ein paar Parts lang, so ein paar... Minuten lang höre ich mit Holzfarben. Boah, ich gehe dann her mit der Axt und fälle die Bäume da großartig. Und klar, ne? Und dann kommt der da. Ich bin da eigentlich nur zufällig ganz am Anfang das Spiel drauf gekommen, weil ich immer mit der Faust am Anfang gegen den Baum geschlagen habe, gedacht, boah, das dauert so lange. Ich versuche es mal mit der Erde unten drunter. Und dann, ach, Mensch, das funktioniert ja. So, da, 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 da. Das sind halt einfach Zufallssachen. Ah, Zufallssachen, ich, 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 ich habe verstanden. Trinkst du erst mal schön im Laufen? Ja, das muss einfach sein. Ich muss mal gucken, ob wir hier Blueberries finden. Schaust aus wie so ein Jogger, so mit dem Getränk in der Hand durch die Gegend. Na ja, weißt du, wir... Trag ja gerne Munition mit mir rum, guck mal. Ich wollte gerade sagen, was machst du da? Schaue mir auf die Hand, lese meine Linien. Oh, guck mal, was ich da habe. Boah, ist das nicht spannend? Die Charakteranimationen sind teilweise noch so lustig aus. Ja. Hey, da ist noch eine Hunting-Wafel drin, die nehme ich einfach mal mit. Oh, das ist nicht verkehrt. Ah, federn. So. Wir sammeln derzeit alle Waffen, die wir finden, so ziemlich im Spind. Und falls wir irgendwann mal eine große Aktion machen wollen, können wir mal schön ausräumen und gucken. Aber falls man mal draufgehen, geht nicht zu viel verloren. Ja, ist ja sehr wichtig. Oh, Gott sei Dank, diese Grillen sind wieder weg. So, und die roten Blümchen wieder sammeln. So, ist ja eine Lieblingsbeschäftigung von mir. Ach, die Blumen. Ja, da kannst du schönes Rostes machen. Ja, für das Werbemittel. Ja, das Rezept müsste mal geändert werden, irgendwie, irgendwo wann mal. Oh, noch eine Pa... Hä, waren wir denn doch nie auf dem Weg? Ich glaube noch nicht, oder? Nö. Weit waren wir noch gar nicht, oder? Nö. Weil hier liegen noch einige Waffen in den Beuteln drin. War nicht mal so schlecht. Okidoki. Na, Hallöchen, wer bist du denn? Also, wenn der Zombie dir einen Namen sagt, dann ist es ein menschlicher Spieler. Dann darfst du nicht töten. Außer du tötest ihn zuerst und frägst ihn dann. Wie heißt du? Also, ich habe ja immer gelernt, alles, was langsam turkelt, muss erschossen werden. Naja, und dann bin ich mal in diesem Altersheim gelandet. Das ist aber eine andere Geschichte. Ach, da hinten bist du, ich glaube, du müsstest es schon sehen. Ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Das hat dich glatt umgehauen. Das hat dich sowas von umgehauen. Weißt du, ich wollte eigentlich gerade noch sagen, und ich muss natürlich dran denken. Hinten dran ist einer. Es waren sogar zwei Stück jetzt bei dir, und hinten kommt jetzt noch gerade eine angeschlendert. Aber warte, ich mache mal ein bisschen frei und mach dein Zeug. Ja, das ist sehr gut. Ich esse mir eben alles auf, was du hast, bis du da bist. Und trink alles aus. Gar kein Problem. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Das ist absolut. Kommst du zurück, habe ich hier einen riesig großen Gerille aufgebaut. Und ich stehe dann zu Hause und mache gerade so die Tür so zu. Tschüssi, bleib bei den Zombies da draußen. Das wird schon. Die wollen nur spielen. Aber das Gute ist, ich leide keinen Hunger mehr. Das Schlechte ist, ich bringe Besuch mit. Das ist noch schlechteres. Jetzt habe ich schon alles alleine aufgegessen. Für den Besuch ist nichts mehr da. Ach, der Besuch snackt dich auch gerne. Obwohl, hinter dir ist eigentlich nichts mehr hinterher. Gut, es ist ja auch Tag. Ja, da war nur eine Ronse irgendwie irgendwo. So, da hinten. Aber wie schon, ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen. Das Feld ist gigantisch, das siehst du auch. Und so viele Pflanzen aneinander. Es sind Tausende und Abertausende. Da kann man... So, jetzt an. Ja, um Gottes Willen. Da hinten ist ein Bauernhaus. Gibt es eigentlich was Schönes? Ja, da hinten ist noch ein Haus. Das Problem ist, da muss man durchs Feld laufen, um da durchzukommen. Ja. Und ja, man kann es halt auch einen Dorf aufernten. Zack, 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 zack. Eben, wo ist das Problem? Sache ist die, du hast viel schneller ein 64er Stack voll, als dir lieb ist. Ja, gut, dann kann man den Rest hier immer noch verschmeißen. Und ich glaube, ja, man sammet auch Samen auf. Ja, du kannst ja... Und zwar noch nicht mal so wenige. Du kannst ja aus allem dann selber noch mal Samen machen, indem du das anklickst, letzten Endes. Aber Getreide wäre mir fast lieber. Ich glaube aber nicht, dass ich das unheuerlich zu hinkriege, ich geplant habe. Ich weiß halt nicht, ob die Maiskörner großartig weiterverwendbar sind, aber sich heilen sie halt so viel wie etwa diese Blueberries. Also so als Nutznahrung okay, vor allem wenn man viel davon hat. Ja, dann klingt das nicht ganz so. Aber wenn man irgendwas drauf skraften kann, ist das auf jeden Fall angenehmer, als ich mal eben zehn Maiskolben in den Mund zu strecken. Ich meine, das ist ja als Mann nicht unbedingt die Alltagsaufgabe. Ja, das ist fastbar. Oh, denn da hinten kriegt man mit Armbrust. Die Armbrust könnte ich mir mal runterlegen. Ja, ein Stack. Passt, passt. Super. Und für den Fall eines Falles habe ich immer noch eine Taschenlampe dabei. Das ist ja blendend. Oh, ja. Und die haben hier sogar ein Keller. Oh, um Gottes Willen ist der Keller. Ja, stimmt. An den Keller kann ich mich erinnern. Den bin ich gar nicht reingegangen, weil der mit zu dunkel war. Da hatte ich Angst. Wollte ich nicht ohne meine Mami rein. Guck mal, die haben dann einen Kühlschrank stehen. Oh, ein Essen nehme ich mir raus. Und auf einmal ist hier hell. Wer hat das Licht angemacht? Oh mein Gott. Wer war es? Oh, mein Gott. Wo kommt der denn auf einmal her? Gute Frage. Und ich habe natürlich mal versucht, mit einer leeren Waffe den Zombie zu erschießen. Der kam bestimmt aus dem Koffer raus, als ich ihn geöffnet habe. Klein und handlich verpackt. Immer diese Offer-Zombies. Aber echt mal. Oh, Neel. Was haben wir da? Wer hat noch immer illegal eingeführt im Flughafen? Illegale Einwanderer. Moment mal, ist das da ein Zombie in Ihrer Tasche? Nein, nein. Das sieht nur aus wie so ein Zombie. Das ist der Spielgefährte meiner Tochter. Meiner Tochter. Genau. Der ist handsam. Er tut keinem was. Hey, die haben hier einen LCD-Fernseher hängen. Kann ich den mitnehmen? Ich will den Fernseher. Gib ihn mir. Ich will dich bloß irgendwie alles auseinandernehmen. Ja, ich habe drauf geschossen. Das war vielleicht nicht ganz so das Schlauste. Ach, warum? Oh, da kommt gleich was durch die Tür. Warte mal, ich empfange es mal herzlich. Hallo, werte Dame. Bei mir sind es gleich zwei. Hey. Damentliche Hauslieb. Ja, also das Feld ist sehr gut. Sucht. Wow. Oh, das sind ein paar Rifle nun. Was ist denn noch eine? Da ist ja noch ein bisschen Garten. Hallöchen. Mein Gott, was ist denn hier alles? Ach, die Garage mal plündern. Vielleicht ist da ja was Gescheites drin. Warst du schon in dem Obergeschoss hier bei dem Gebäude? Nee. Ah, wahrscheinlich noch nicht. Hier ist nämlich so ein Dickerchen. Ah, okay. Der irgendwie verdammt viel aushält. Mein Respekt, Freund. Die Dicken halten im Nahkampf extrem viel aus, ja. Da kannst du langschlagen. Dieses Fish-Wiring-Dingsbums-Zeit, mit dem ich immer noch nicht weiß, was du mitmacht. Ach, ich bin wohl. Oh, ich sehe übrigens unser Zeitfenster wird langsam wieder geringer. Also so, oben auf die Uhrzeit gesehen. Ich weiß nicht, wollen wir dann zurückgehen oder wollen wir uns hier irgendwo verschanzen? Aber wir können uns ja hier dann verschanzen, oder? Bis wir jetzt zurück sind, ist... was ich warst. Untertitelung des ZDF, 2020